Hallo und willkommen zurück zu Anno 1602. So, wir befinden uns hier auf unserer Insel, auf unserer Zweitinsel, die jetzt eigentlich mehr oder weniger zur Hauptinsel wird. Wir haben hier unten unsere Werkzeuginsel, von der könnten wir langsam mal wieder etwas Werkzeug abholen, nehmen diese Schiff dazu. Wir laden hier noch Stein auf, um dann in, also mit Stein und mit Holz, na, Holz haben wir gerade keins, dann holen wir das, oh Moment, war da gerade ein Piratenschiff, da war ein Piratenschiff, entladen schnell und weiße Flagge. Wir fahren mit dem Schiff gleich hier runter, holen hier unten Werkzeug und, ja, Werkzeug ab. Oder wir, Moment, hier haben wir Holz, wir bauen Holz, Werkzeug und Stein und fahren dann hier unten runter zu einer Insel und schauen dann nach Gewürzen. Hier sind es 50%, hier Gewürze 100%, Gewürze 50%, hier ist die Pirateninsel und hier ist, ja, Eisen und Stein, fast so wie die hier vorne, die Insel. Und hier oben, das sind die nördlicheren Inseln, auf denen ist dann kein Anbau von Gewürzen mehr möglich. So, Kakao 50%, Gewürze 100%. Ja, ich würde sagen, wenn wir Kakao brauchen, siedeln wir hier nochmal rüber. So, und ich sehe, jetzt steht hier ein Schiff, dann nehmen wir doch das mal und holen hier das Holz ab. So, genau, und hier unten haben wir eine Schaffarm, die ist hier nicht in Betrieb, die haben wir pausiert und die lassen wir da auch stehen, weil die Webstube hier nur diese beiden Schaffarmen bedienen kann. Sieht es mit Werkzeugen aus, die Warene stehen allgemein recht gut da. So, aufladen. Und dann laden wir auch noch Werkzeuge von hier auf. Und müssen hier hinten Stein holen. Das Schiff fährt dann mal hier runter und holt hier unten Werkzeug ab. bevor hier das Lager vollläuft. Ja, 26 haben wir da schon, ist schon ziemlich viel. Und ja, ich würde sagen, wir errichten hier auch nochmal ein paar Häuser. Schauen wir uns doch mal die Kapelle an. So, also würde hier eins hingehen und da auch. Wunderbar. So machen wir das so. 38 ist inzwischen wieder die Bilanz. Wir machen ein bisschen Geld. Ich gehe mal mit F6 auf die normale Geschwindigkeit oder auf die etwas schnellere Geschwindigkeit. Normal ist der F5, also die ganz langsame. So, und dann schauen wir mal. Hier haben wir, oh, Tabakwaren. Der hat nichts zu tun. Wieso denn das nicht? Kein, doch, der ist doch Rot-Tabak. Der hier kann wieder Arbeit aufnehmen. So, da kommt das Schiff, das hier mit einer Handelsroute fährt, hat offenbar schon Waren auf dem, schon Waren im Schiff. Wird deswegen vermutlich die Waren nicht komplett los. Wenn wir hier mal reinschauen ins Kontor. Ja, Alkohol und Tabak ist hier mehr als genug vorhanden. Und hier können wir jetzt endlich auch Steine aufladen. Und dann fahren wir hier mit runter. Zu dieser Insel hier. Vulkanausbruch. Oh, hier oben. Na gut, da sind wir ja auch nicht vertreten. Kann uns eigentlich egal sein. So, wir haben... Ah, die brauchen eine Kapelle. Oh, genau, wir haben vergessen, die Steuern zu erhöhen für unsere Pioniere. Okay. Warum ist denn jetzt wieder langsam? So, schneller bitte. So, das Schiff ist hier unten angekommen. Hier unten können wir Werkzeuge aufladen. Die bringen wir zur Hauptinsel. Denn hier haben wir gar keine Werkzeuge, wie wir jetzt hier sehen. Und mindestens diese beiden hier müssen ja noch aufgewertet werden. Die anderen natürlich mit der Zeit dann auch. So, und dann schauen wir mal. Was brauchen die denn als nächstes hier, die Bürger? Weil die brauchen nur Gewürze. Okay. 280 Einwohner haben wir inzwischen. Das Ganze hier pausiert ja, weil wir... Also diese Fleischproduktion hier pausiert, weil wir ja das Ganze... Weil wir die ganze Nahrungsversorgung ja überall die Bäckereien sicherstellen wollen. Das war zumindest der Versuch. Und... Wenn wir hier mal reinschauen... Funktioniert das offenbar. So, wir setzen hier unser Kontor hin. Da. Entladen die Waren. Und bauen hier unten ein Forsthaus hin. Das baue ich eigentlich immer bei jeder neuen Insel, weil man Holz immer braucht. Aber jetzt ist es so ziemlich die wichtigste Ware überhaupt. So, und dann bauen wir hier noch den Wald dazu. Okay. Dann gehen wir mit der Geschwindigkeit wieder runter. Dann fangen wir mit dem Bau von den ersten Gewürzplantagen an. Na, die Straßen sollten wir... Na gut, jetzt reißen wir die einfach ab. Straßen sollten wir aber eigentlich noch Möglichkeit hier stehen lassen. So, und wir bauen uns natürlich noch einen Marktplatz dazu. Der ist auch wichtig. So. Okay, also... Was hatten wir gesagt? Gewürze. Darauf kommt schon das Piratenschiff angefahren. Das Schiff hier kann mal die weiße Flagge hissen. So, und wir bauen jetzt hier Gewürz an. Gewürzplantage. Und ich würde sagen... Zwei Stück sollen es erstmal sein. Na, geht da vorne noch einer hin? Nein, ich glaube nicht. Machen wir es so, dann bauen wir da die Straßen noch dazwischen. So. Genau, so machen wir das. So, und jetzt noch die Gewürze dazu. Äh, so. Überprüft eure Handelsrouten. Warum? Ja, vermutlich, weil er jetzt hier keine Ware mehr absetzen kann. Die sind hier voll, genau. Deswegen können wir jetzt hier auf Verkauf gehen. Von, naja, Nahrung nicht. Äh, Holz nehmen wir raus. Und Ziegel nehmen wir auch raus. Die wird man nicht so wirklich los. Nehmen dafür Alkohol rein. Und Tabak. So, und dann setzen wir natürlich Obergrenze bei 40 Tonnen. Sowohl bei Alkohol als auch bei Tabak. Mal kommen hier. So, da auf. Über 40 Tonnen. Okay. Okay. Das sollte, wow. Wir haben jetzt minus 950. Oha, Geld ist auch nicht mehr so wirklich da. Die müssen wir erst mal pausieren. Okay, jetzt kann man natürlich nicht pausieren. Boah, minus 60 ist hier die Bilanz bei Querfort. Oha, das ist natürlich nicht so gut. Da hoffe ich jetzt mal, dass die möglichst bald mit dem Kauf hier anfangen bei uns. Dass hier heute mal der Freihändler kommt. Achso, genau. Hier wollten wir noch die Waren entladen. So, ein bisschen nur fahren zum Kontor. Und Werkzeug entladen. Ja, da sehen wir auch schon nächstes Update. Nächste Erweiterung. Weiße Fahne hießen. Okay, so. Das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Minus 21 nur noch. Hier können wir noch die Steuern etwas erhöhen. So, oh ja. Sonst ist auch wieder ein bisschen mehr Geld gebracht. Können wir hier noch hochgehen. 195. Oh, jetzt sind es 199. Ah, da sind dann die Häuser hier aufgewertet worden. Das passt soweit. Na gut. So, was haben wir denn hier an Waren? Hier können wir noch bestimmt... Na gut, hier brauchen wir Alkohol und Tabak. Also noch ein bisschen mehr Alkohol und Tabak. Hier könnten wir Nahrung verkaufen. Hier nehmen wir mal den Verkauf von Alkohol und Tabak raus. Und dafür den von Nahrung rein. Bis auf 60 Tonnen. So. Nahrung ist ja ziemlich wichtig. So, den müssen wir wieder umstellen. Okay. Dann lassen wir das jetzt mal wieder ein bisschen schneller laufen mit F6. Auf der zweithöchsten Geschwindigkeit oder der zweitlangsamsten oder der mittleren Geschwindigkeit, wie man möchte. So, jetzt dürften doch bald mal hier freie Händler bei uns vorbeikommen. Und ein bisschen was mitnehmen. Minus 13. Naja. Okay, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Stell ich mal wieder an die Betriebe. Okay, offenbar geht's dann noch nicht weiter. Hatten wir noch eine Stufe. Bis die Gewürzfelder noch weiter gewachsen sind. Und man da ernten kann. Ich glaube, das müsste aber jetzt endlich soweit sein. Ich stelle die mal beide wieder an. Hm. Und jetzt geht's direkt runter mit dem Geld. Mit der Bilanz. Ah, okay. So muss das erst aussehen. Die müssen uns alle verrotten. Die Werkzeuge, die Gewürze. Okay. Gut. Die Mine ist ausgebeutet. Langsame Geschwindigkeit. Karte drehen. Mine anwählen. Und abstellen. Ähm. Hm. Ich glaube, die kann man auch erweitern zur Tiefenmine. Und ich glaube, wir reißen die aber trotzdem erstmal ab. Sodass sie uns dann erstmal gar nichts kostet. Haben wir hier den Erz auf Lager? Nein. Aber Eisen haben wir auf Lager. So, das heißt für uns, die Erzschmelze kann, nachdem das hier gemacht wurde, nachdem jetzt das hier produziert wurde, kann die gleich stillgelegt werden. Naja gut. Die soll erstmal da das Lager leerrollen. Okay, also Werkzeuge müssen wir hier von nun an kaufen oder wir kriegen eine tiefe Erzmine. Dazu brauchen wir noch ein paar mehr Bürger. 45 haben wir. Und was brauchen die noch hier? Die brauchen Gewürze. Die Siedler auch. Nö. Eigentlich nicht. Die brauchen doch eigentlich nur Gebäude. Und das war doch hier die Schule. Eigentlich müssten die doch jetzt aufwerten von sich aus, weil die nämlich alle Waren haben, die sie benötigen. Wie sieht es mit der Lebensmittelversorgung aus? Sehr gut. Dann können wir hier vorne das abreißen. Ähm, da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Oh, was kam denn da für ein Schiff? Achso, das war der Konkurrent. Na gut. Na gut. Also wir nehmen mal das Schiff und packen hier mal Gewürze drauf, denke ich. Ich fahre damit mal hier hinten hin. Okay. Ja, warum entwickeln die sich nicht alle zu Siedler, also Bürgern? Was fehlt denen? Dem fehlt gar nichts. Dem geht es genauso gut wie den anderen. Ach, klar, die brauchen hier die Ziegel, natürlich. Die brauchen Ziegel für den Ausbau der Häuser. Fahren wir mit dem Schiff hin. Und laden hier Ziegel auf. Und dann laden die hier hinten. Ach, da hätte ich natürlich früher dran denken müssen, dass die Ziegel brauchen. Das sind ja Steinhäuser, die wir hier sehen. Und keine Fachwerkhäuser. Die bestehen ja nämlich aus Holz und aus Lehm. Lehm und Stroh. Diese, diese, ja, dieses Gefache oder Gewerk heißt, ich weiß auch nicht jetzt noch, diese Fachwerkhäuser, das zwischen diesen Brettern hier, zwischen diesen Balken, das wird mit Stroh und mit Lehm, ja, gefüllt. Und dazu braucht man keinen Stein, aber das hier, das sind richtige Steinhäuser bei den Bürgern. So, und hier wieder tauschen. Der eine darf Tabak ernten, der andere macht Pause. Das ist der Gewürztransporter. Ja, entladen wir den mal. Und den hier entladen wir auch mal. Jetzt haben wir hier unser Hafenbecken fast verstopft. So, der fährt nochmal hier runter. Ach, seht an. Jetzt brauchen wir einen Arzt. Oh, was sehen wir denn da? Noch mehr Bürger. Geschwindigkeit runterdrehen und bei den Bürgern die Steuern rauf. So, die Leute, die werden hier also aufgewertet, also die Häuser werden aufgewertet. Das sieht sehr gut aus. So, wir brauchen einen Arzt und den sollen sie auch bekommen. Oh, da müssen wir mal eben die, so, die Werkzeuge da, äh, einschließen, für uns behalten. Ah, da vorne machen wir das Haus mal weg. So, jetzt läuft's gerade wieder ein bisschen langsam. Komisch. Wo? Oh. Das ist unser... Handelschiff. Ja, das ist jetzt ein bisschen langsamer geworden. Ist gar nicht mal so gut. So, hier laden wir auf jeden Fall erstmal die... ...Werkzeuge auf. Fahren nämlich hier oben hin. Ah, die Piraten sind verschwunden. Ach, ne, da oben sind sie. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja hier... ...so was wie einen Turm hin. Genau, kriegen wir... ...Wachturm. Für den brauchen wir Kanonen. Und... ...wenn ich mich recht entsinne, haben wir hier sogar Kanonen... ...gehabt vermutlich, weil wir die ja jetzt verwendet haben. Sehr gut. Fahren wir mit dem Schiff mal hier rein. Hier dürften die dann sicher sein und... ...die Kanonen müssten auf die Piraten schießen. Okay, was hatten wir noch? Wir hatten zum Schluss, oder zuletzt hatten wir... Ach, wir wollten hier... ...ja, gut. Wir wollten hier den Arzt bauen. Werkzeuge sind weg. Steine auch. Oder Holz auch. So, ich habe jetzt F7 gedrückt, damit es ein bisschen... ...sehr viel schneller geht. Drücke ich nochmal F7. Tausche dann hier mal. Oder lasse beide hier wieder arbeiten. Das ist der, der hier... ...immer hinfährt. Das ist der, der jetzt hier das entlädt. So, und wie sieht es mit dem Holz aus? Ach, wir stellen hier gar kein... Hä, Moment. Wir haben hier gar keine... Wir stellen hier überhaupt kein Holz her. Das ist ja ein Unding. Das geht ja gar nicht. Wie ist denn das möglich? So, mal schnell hier den Wald nachpflanzen. So, und dem hier... ...sagen wir mal... ...feuer frei. So, da gibt es jetzt Feuer. Feuer aus allen Rohren. Das hat gesessen. So, mit dem Schiff fahren wir zurück... ...und lassen das hier hinten reparieren. Ebenso das Schiff. Das fährt auch hier vorne hin... ...und wird hier vorne repariert. Und das andere hier... ...das fährt hier mal durch... ...und stellt dann fest, dass ich die Sache nicht aufnehmen kann. Wieder mal. Na ja, gut. Ah, vielleicht können wir den anlocken. Genau, können wir. Machen wir auch. Locken den mal an. Na, hatten den gerade fast. Angriff. Kommen doch noch ein Stückchen näher. So, der Schiff sitzt jetzt auf unseren Turm. Kann das sein? Hier ist unser Schiff hier ganz schön schwer angeschlagen. Dann wird es hoffentlich überleben. Wird es das überleben? Könnte sich so gerade noch retten. Unsere Kanone hat... Zumindest unser Kanonentum hat das Schiff zerstört. So. Das Schiff hier bitte reparieren. Hoffentlich kommt das Schiff noch heil an. Müssen wir natürlich unbedingt darauf achten, dass wir da im richtigen Augenblick... ...die weiße Flagge hissen. Wenn da die Piraten kommen. Ah, da müssen wir aufpassen. So, auf jeden Fall wollten wir hier... ...diesen Arzt errichten. So, jetzt haben wir auch das Material. Machen das und geben die Werkzeuge wieder frei. Holz wird jetzt wieder... ...her... ...wieder bei uns hergestellt hier. Das ist ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht von herein hatten. Aber gut. So. Bilanz ist positiv. Schiff ist repariert. Wir können die... ...automalische Handelsroute wieder einschalten. Das Schiff wird jetzt repariert. Und das andere Schiff hier... ...ja gut. Ob sich da überhaupt noch ein Piratenteam hier die Mühe macht, das abzuschießen. Ich weiß ja nicht. So, können wir inzwischen hier unser Kontor aufrüsten? Können wir nicht. Was können wir denn noch machen? Schwerter können wir hier herstellen. Na gut, die brauchen wir aber nicht wirklich. Hier in dieser Burg, da können wir Truppen ausheben. Ja gut, stellt sich die Frage, ob wir das wollen. Ich würde sagen, nein. Wollen wir nicht. Zumindest noch nicht. Schiff ist gleich repariert. Acht Kanonen an Bord. Schiffsreparatur beendet. Okay. So, was können wir denn hier bauen? Oder... Hm. Also... Oh ja, hier haben wir jetzt auch die ersten Bürger. Sehr gut. Wir brauchen ja hier nach wie vor Alkohol und so weiter und so fort. Ich würde sagen... Ah ja, genau. Wir können ja hier mal einrichten, dass wir... Moment. Wir holen Alkohol von da und da. Dann sollten wir hier noch eine Handelsroute einrichten. Ziel wählen. Hier unten. Da bitte Gewürze einladen und Gewürze einladen. Und das Ziel ist dann hier vorne, da der Ort. Und da werden Gewürze entladen und Gewürze werden entladen. So, das schalten wir ein. Und ja, das Schiff ist noch kaputt. Hier stellen wir dann ein. Da, okay. Hier sehen wir, dass wir... Moment, Moment, Moment. Hier machen wir folgendes. Wir nehmen den Ort raus. Das ist dann ein bisschen noch mal der Ort hier und... Moment. Handelsroute festlegen. Puerto Pablo ist der hier vorne oder was? Ach genau, okay. Dann wird die... Hier wird von Piraten angegriffen. Wo? Ach du Schande. Was macht denn der? Ja gut, da war die KI natürlich mal sehr intelligent. Moment. Wofür fährt denn der da oben rum? Okay. Also. Ups, 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 ups. Schnell wegfahren. Oh, das ist ganz schön angeschlagen, das Schiff hier. So, er möchte dann bitte bei der Handelsroute... Warum fährt denn der nicht weiter? Wir hätten hier, habe ich doch gesagt. So, da bitte... Na, okay. Also. Hier, Alkohol einladen und... Tabak. Das hier hinten hinbringen. Da entladen. Alkohol und Tabak. Und einladen. Entladen. Gewürze. Und entladen. Gewürze. Und dann wieder aufladen. Genau, das müsste so funktionieren. Und jetzt wird das Schiff aber erst nochmal... Moment. Das Schiff hier unbedingt reparieren. Das Schiff kann dann die automatische Handelsroute mit einschalten. Ja, da solltest du aber hier schon hinfahren. Und noch... Würze aufladen. Habe ich die gerade übersehen? Ach, die sind schon aufgebraucht. Okay. Gut. Dann bitte... Weiterfahren. So, und er hier... Ja, ganz intelligent hat sich erstmal schön anschließen lassen. Der darf dann... Hier hinfahren und sich reparieren lassen. Das Schiff wird repariert. Das funktioniert. Okay. Hier hinten... Das werden auch mit der Zeit alles Bürger. Sehr gut. Das gefällt mir. Der hier wird mal wieder... Pause geschickt. Oder in die Pause geschickt. Insgesamt ist jetzt auch die Bilanz deutlich positiver. Sehr gut. Hier hinten gibt es Küstenbrot. So, was haben wir denn noch? Hier ein paar Siedler haben wir noch. Und auch ein paar Pioniere. Ah ja, gut. Die haben hier keine... Keine Kapelle. Aber wenn wir da irgendwann mal die... Die Kapelle... Die Kirche bauen können, dann hat sich das sowieso erledigt. Wassermühle. Die können wir bauen, wenn wir... Irgendwo einen Fluss haben hier. Aber ich weiß nicht, ob wir hier auch irgendwann mal... Eine Mühle brauchen sollten. Die muss sich noch zeigen. Okay, dann sind wir hier erstmal soweit durch. Bauen können wir derzeit noch nichts anderes. Da müssen wir noch für mehr Einwohner sorgen. Sehr gut. Das Schiff wurde repariert. Und das andere Schiff bitte auch reparieren. Na, ich würde sagen, das machen wir noch schnell. Dass wir das hier reparieren. Na, ist das Kaputte gewesen? So, dass wir wieder langsam machen. Oh, jetzt bin ich herangesoomt. So, angreifen. So, weiter bitte angreifen. Na, das ist jetzt eine ganz knappe Sache wieder. Wir haben ja hier die teuren Gewürze an Bord. Müssen wir unbedingt retten. Na, jetzt sind da die Gewürze verloren gegangen. Ah, das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. So, und jetzt drücke ich wieder die falsche Tasse. Das Schiff geben wir nochmal zur Reparatur. Ah, das war jetzt echt blöd, dass das passiert ist. Gut, dann... Müssen wir gleich ein neues Schiff bauen. So, mach mal schnell machen hier. Reparieren. Hat das eine Handelsroute? Nein, gut. Handelsroute einstellen. Hier hinten Gewürze abholen. Und da oben entladen. Und einschalten. Okay, gut. Dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Haben leider ein Schiff verloren. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Und auch noch so knapp und so unnötig. Na gut, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.